herzlich willkommen meine lieben roller und zweitag tuning freunde hier bei mir in der werkstatt beim schrauberkönig in solingen wie soll es anders sein heute ist samstag ich habe mir heute mal wieder einiges vorgenommen ich will euch mal dabei mitnehmen was hier so passiert wieso das passiert ja weshalb man das so machen sollte so meine lieben freunde das gibt wieder so ein bisschen trockenes thema aber das ist ein ganz 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 wichtiges thema um auch wirklich leistung noch zu holen beim zweitag da kommt es auf jeden kleinen fits an sage ich einfach mal ich habe euch hier mal zwei bilder aufgemalt ich bin nicht der könig im malen gebe ich zu zeichnen aber ich denke mal es ist verständlich und zwar es geht um den brennraum anpassung quetschkante kolben zum zylinderkopf ganz wichtiges thema und zwar folgendes wo ist mein zeigestock das hier ist das optimum ja der kolben boden passt 100 prozent sage ich jetzt mal auf den zylinderkopf ja wenn jetzt hier gemisch verwirbelt ist komprimiert der zündet und wir haben keine ecken oder kanten wo sich das gemisch jetzt verstecken könnte ja es wird also sauber durch gebrannt wir haben optimale leistung hier ist genau das gegenteil ja das gemisch wird komprimiert wird an den rand also hier rein gedrückt und hier rein gedrückt wird gezündet hier ist ein teil was nicht verbrennt oder schlechter durchbrennt was passiert wir kriegen hier an diesen zwei stellen also das ist ja rund um auf dem außenring vom zylinderkopf kriegen wir klingel erscheinungen ja klingel erscheinungen sind nichts anderes wie mehrfach zündungen so was heißt das wenn ihr pech habt zerstört ihr euren kolben euren kolben hier an der kante die wird euch dann wegbrennen rundum oder halt am zylinderkopf ja um das zu umgehen mache ich immer folgendes ich passe grundsätzlich jeden kolben an den zylinderkopf an oder beziehungsweise den kopf an den kolben ja wie mache ich das ich habe mir schleifpapier genommen hunderter ich habe jetzt hier so metall zirkel geht auch mit der schere habe ich auch schon gemacht ja damit schneide ich kreise aus ronden sage ich jetzt mal im durchmesser von der bohrung dann schneide ich aus der mitte noch mal ein stück raus weil dann könnt ihr es besser aufkleben so ungefähr acht bis zehn millimeter acht bis zehn millimeter das kann man hier sehen jetzt kann man nicht sehen acht bis zehn millimeter ja um eine schöne quetschkante zu haben die quetschkante breite hat auch noch einen sinn ja die haben das mal getestet das ist jetzt ganz schwer zu erklären das lasse ich jetzt auch ja ich sag mal so wenn ihr eine quetschkante hat von acht bis zehn millimeter ist das optimal und eine schöne brennkammer ja im kopf so dann habe ich das ausgeschnitten auch hier diesen kleinen die kleine runde noch mal ja so dann habe ich das mit handelschneid üblichen sekunden kleber auf den kolben geklebt und dann mache ich nichts anderes wie hier rein ja ich drehe den immer wieder im im kopf müsst ihr sehen dass ihr das schleif gut rauskriegt nicht dass ihr euch hier die kante wegschleift am kolben ja die ist auch wichtig so wenn ich jetzt hier mit edding mache ich mir kontrollstriche dann kann ich sehen beim schleifen wo ich schon bin und dann das ganze aber ich merke schon also vom gefühl her würde ich sagen ich bin schon fast richtig aha guck mal da ja das habe ich wirklich gefühlt dass das merkt ihr das ist kein witz wenn der kolben auf den kopf passt von der oben ja von dem von dem kolbendach also wenn der kopf sich da eingeschliffen hat so guck mal hier heute so schleift man auch ventile ein beim vier takte das muss ich euch auch noch mal zeigen ja da kann man auch noch viel geld sparen aber ihr seht top das bleibt auch so ich mache das gleich nur noch mit feinerem dann werde ich mir eine schöne eine brennkammer ausarbeiten wieder dann werde ich den noch planen da gibt es alles ein video noch drüber das wird wohl heute alles noch passieren ich habe zeit genug habe auch heute lust richtig lust ja und also leute dass das ist das nun plus ultra hier ja das werdet ihr auch spüren da könnt ihr euch darauf verlassen teilweise die köpfe die von den herstellern kommen sind konservativ das heißt die sind richtung brennkammer richtung brennkammer sind die offen um diese klingel erscheinungen zu vermeiden so aber ich mache das immer so also wie gesagt und ich habe sehr gute erfahrungen damit gemacht viele lachen mich jetzt aus keine drehbank nein habe ich nicht ich möchte das jetzt zeigen dass das handarbeit ist dass das jeder ohne maschinenpark nachmachen kann und ich finde das ist ein ganz interessantes thema vielleicht ist das ein bisschen trocken ich weiß viele von euch sind handwerklich hochbegabt die können das locker ausführen so wir haben das früher nur so gemacht niemals anders heute ja man muss sich was einfallen lassen gut das jetzt von hier am samstag ich wünsche euch einen schönen tag und das video geht jetzt gleich online bis zum nächsten video ne tschüss bis zum nächsten video